Hallo und herzlich willkommen bei Cruisals Delicious. In meinem heutigen Video packen wir gemeinsam den Air Fryer aus und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Also ihr seht, Pembert Shep hat sogar an alles gedacht, sogar wie man ihn rausholt, nämlich einfach hier mit diesem tollen Tragegriff. Dann packen wir das Schmuckstück mal aus. Hier ist direkt die Anleitung und alles, das auf jeden Fall durchlesen. So, das ist das Schmuckstück. Hier können natürlich die ganzen Klebefolien abgezogen werden. Das mache ich jetzt auch mal als erstes. Also, so sieht der Garraum aus. Hier ist direkt natürlich das Standardzubehör mit einem Blech mit dabei. Das ist auf jeden Fall immer sinnvoll unten reinzusetzen, damit nichts unten auf dem Boden tropft. So spart ihr euch das Putzen am Ende. Die Teile dürfen natürlich auch in die Spülmaschine. Und hier ist das aller coolste, das Vondell. Hier können nämlich Pommes zum Beispiel drin gemacht werden. Oder ihr könnt Nüsse da drin rösten. Das Ding ist quasi wie so ein Drehspieß, den setzt man da ein und das dreht sich die ganze Zeit. So quasi wie bei in der Hähnchenbude. Da gibt es nämlich auch eine extra Stange, wenn ihr Hähnchen machen wollt. Hier sind die extra Backfläche bzw. Backgitter. Damit auch alles wirklich knusprig wird, die setzt man dann hier einfach ein. Und solange ich das jetzt hier erstmal alles schnell sauber mache und gucke, wo ich das in der Küche hinstelle, zeigen wir euch jetzt nochmal kurz ein kurzes Video dazu von Pepper Chef. So habt ihr schon mal eine kleine Vorstellung, was ihr alles damit anstellen könnt. Wenn Sie zu Hause kochen und es schneller und einfacher haben möchten, können Sie mit dem Deluxe Air Fryer viele Lebensmittel ohne zusätzliches Öl und Fett zubereiten. Und obwohl es nur ein Gerät ist, verhält es sich wie drei. Eine Luftfritteuse, ein Grill und ein Dörrgerät in einem. Wir haben das Gerät mit Blick auf Familien größer gestaltet. Der Einstieg ist leicht, denn er hat sechs vorprogrammierte Einstellungen, zwei benutzerdefinierte Einstellungen und das benötigte Zubehör, das direkt dabei ist. Sie können Abendessen-Snacks und sogar Desserts mit nur einem Knopfdruck zubereiten. Mit der Einstellung Air Fry selbstgemachte Hähnchenflügel zubereiten und Lebensmittel auftauen wie Mozzarella-Sticks. Mit der Rotisserie-Einstellung können Sie ein bis vier Pfund schweres Hähnchen goldbraun zubereiten. Die Dörrfunktion macht ihr Lieblingsobstgemüse zu Snacks wie Apfelchips, getrockneten Tomatenchips oder Ananaschips. Und warum mit dem Vorheizen des Ofens warten, wenn Sie die Brateinstellung für köstliche Mahlzeiten wie knusprigen Kabeljau und Spargel nutzen können? Die Garschalen ermöglichen die bestmögliche Luftzirkulation, damit ihr Gemüse zart und Fleisch perfekt gegart wird. Mit der Backeinstellung können Sie leicht knusprige Kuchen, Krusten, Brote und mehr machen. Wenn Reste übrig sind, wärmt die Aufwärmfunktion Speisen wie Pizza auf, ohne dass die Kruste durchweicht. Mit der benutzerdefinierten Einstellung können Sie die Zeit und die Temperatur selbst bestimmen. Für alles, was Sie auch in einer Fritteuse zubereiten würden und die Einstellung drehen, schaltet das Drehspieß und Korbzubehör an. Lassen Sie uns nun über die Reinigung des Geräts sprechen. Die Frittierbleche, die Backbleche, das Korbrotisserie Set und das Entnahmewerkzeug können alle in die Spülmaschine. Wischen Sie die Innen- und Außenseite mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie dann alles. Die Tür lässt sich zur einfachen Reinigung sogar abnehmen. Waschen Sie dann die Tropfschale von Hand. Je öfter Sie Ihren Deluxe Air Fryer benutzen, desto mehr werden Sie den Unterschied schmecken. Also ihr Lieben, ich habe jetzt hier gerade nochmal alles für euch aufgebaut, damit ihr einen kurzen Überblick habt, was zu dem Deluxe Air Fryer dazugehört. Ihr habt quasi einmal hier das Rondell, was mega praktisch ist. Dann hier den Spieß für Sachen, die ihr aufspießen wollt und die dann rundum knusprig werden. Das hier ist eine Hilfe, um das dann rauszuholen, wenn es heiß ist. Außerdem habt ihr hier die Anleitung. Einmal hier ein Heftchen mit technischen Daten. Und außerdem auch noch hier nochmal grob erklärt, unter welchen Funktionen ihr was machen könnt. Mit kleinen Rezeptideen, mit einer kleinen Übersicht. Aber derjenige, der sich bei mir einen Deluxe Air Fryer bestellt, kriegt von mir natürlich auch als PDF-Detail eine Rezeptesammlung dazu, damit ihr da auch direkt durchstarten könnt. Außerdem sind im Deluxe Air Fryer drei von den Gitterblechen dabei. Und einmal hier unten die Schale. Beziehungsweise das feste Backblech. Was ich mir direkt mit dazu gestellt habe, ist natürlich von unserer Stoneware der kleine Ofenzauberer Plus. Der passt hier nämlich exakt rein. Wie auch der Ofenzauberer, den wir kennen, hier die Vertiefung. Das heißt, da könnt ihr eure ganzen Zubereitungen, die ihr sonst auch im Backofen macht, genauso mit zubereiten. In jeder Stoneware gibt es immer diesen Chaba mit dabei. Der ist auch multifunktional. Und ich freue mich total aufs Ausprobieren von dem Gerät. Wenn ihr euch Rezeptvideos mit dem Air Fryer wünscht, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann weiß ich, dass euch das genauso interessiert. Also mein Fazit zum Deluxe Air Fryer ist, ich freue mich riesig aufs Ausprobieren von ihm. Ich finde, die Verarbeitung ist typisch beim bei Chef, so wie ich es kenne. Hohe Qualität, hübsches Design, einfach nur smart und super praktisch. Ich freue mich total drauf. Wenn ich euch ein bisschen heiß gemacht habe und ihr sagt, boah, das Gerät muss auch in meine Küche. Mir sagt auch ja. Dann meldet euch bei mir. Ich zeige euch, wie ihr am günstigsten zu dem Produkt kommt. Nämlich indem ihr einfach eine Kochshow bei mir bucht. Ich stelle euch den Deluxe Air Fryer mit ganz vielen verschiedenen Rezepten vor und Inspiration und auch noch anderem Zubehör. Denn ab März gibt es nämlich auch die Spieße dazu, die sich drehen. Das ist absolut mega für alle Schaschlik-Fans und Gemüsestick-Fans. Wir machen zusammen eine Kochshow und so könnt ihr euch das Gerät zum Heilpreis sichern. Also ich denke, schmackhafter geht es nicht, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was von ihm zeigen. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Meinen Shop, den verlinke ich unten in der Infobox für euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!